Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Arena Battles. Wir haben, wie schon zuletzt angekündigt, heute den vorletzten, eventuell vielleicht auch den letzten, Versuch von Dominik, der ja schon zahlreiche Male angetreten ist. Zuletzt gab es, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Duell zwischen uns beiden. Ich bin daher sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Wir werden noch einmal auf das meiner Meinung nach stärkste Unlicht-Team, was wir so aufbieten können, zurückgreifen, um Dominik hier noch ein letztes Mal, oder ein vorletztes Mal, in die Schranken zu weisen. Er benutzt ein Farb-Igel. Okay. Das ist gemein. Das spielt man in der Regel immer mit Pilzspore. Heißt, er könnte ein Pokémon von uns direkt einschläfern. Das ist echt gemein. Wir könnten daher mit Despotar beginnen, weil Despotar kann zumindest mit Kraftkoloss erst mal es auf 1 KP runterbekommen, dann hat es einen Fokus-Code und der Sandsturm erledigt den Rest. Das wäre jetzt so meine Idee, wie wir das hinkriegen könnten. Ansonsten sehe ich hier, glaube ich, nichts. Okay. Das heißt, wir werden ausnahmsweise mal mit Despotar beginnen. Für Pixi könnten wir es ganz gut gebrauchen, aber ansonsten, oder für Aquana, aber es wäre tatsächlich verzichtbar, glaube ich, in diesem Duell. Mist, ich habe mir nicht aufgeschrieben, die Pokémon. Egal, ich kriege sie, glaube ich, noch hin. Aquana, Logok, dann war da Durengard-Dingens, die Vorentwicklung. Dann war da, ähm, 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 Farb-Igel auf jeden Fall. Und wer noch? Pixi, genau, dankeschön. Oh, wir haben Pixi gegen Despotar. Das ist auch ziemlich nice eigentlich für den Beginn. Und Lucario war das noch. Okay, wir haben alle zusammenbekommen noch. Wunderbar. So, Sandsturm wirft. Mh, in Ordnung. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Ja, gegen Durengard hätten wir so ein paar Probleme mit unserer Steinkante. Und gegen Lucario. Weil Lucario würde sie so abwehren. Deswegen glaube ich, dass er auf Durengard gehen könnte. Ich glaube jedenfalls nicht, dass er drinbleiben wird gegen Despotar. Und wenn er auf Durengard geht, könnten wir auf Knirscher setzen. Aber nicht, dass wir uns wieder so missplayen. Wir haben schon einmal gegen ihn super, super ungünstig begonnen. Ähm, aber ich gehe mal auf Knirscher. Ich vermute, dass Durengard kommen wird. Er bleibt drin. Okay, wie viel macht dann Knirscher? Es ist immerhin noch Stab, zwar nicht sehr effektiv, aber Stab. Nicht zu viel, okay. Ah Mann, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass er drinbleibt. Donnerwelle, okay. Donnerwelle ist schon mal mega mistig. Aber zumindest leben wir noch. Mh, in Ordnung. Dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem auf die Steinkante. Ach ja, wir müssen ja Knirscher einsetzen. Ja, dann werden wir wechseln. Auf wen wechseln wir dann? Auf Gigacross. Gigacross dürfte eine Mondgewalt überleben von Pixi und könnte dann nachsetzen. Könnte ganz gut sein. Wir werden mal auf Gigacross wechseln. Ich glaube, wir haben halt schon wieder mega scheiße begonnen, da uns wieder rauszuretten. Wird anstrengend werden. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Es kommt nur der Wunschtraum. In Ordnung. Mit dem Wunschtraum kann ich auf jeden Fall leben. Denn so haben wir einen Free Wechsel bekommen. Das finde ich gut. Ähm, okay. Dann werden wir auf Giftstreich gehen. Den kann Durengard zwar ohne Probleme überleben. Und Lucario auch komplett, ne? Ich glaube, wir hauen nur erstmal die Giftspitzen raus. Ja, Pixi wird zurückgerufen. Okay. Dann haben wir wenigstens die Giftspitzen draußen. Die bringen wenigstens gegen Logok, Aquana und gegen Farbigel was. Das ist schon mal sehr viel wert. Das heißt, der Fokusgoat ist im Prinzip zerstört. Nicht ganz zerstört. Der wird erst am Ende der Runde dann zerstört. Aber passt schon so. So, dann haben wir es jetzt mit Duoclass zu tun. Da können wir eigentlich mit einer Unlichtattacke durchaus angreifen, würde ich sagen. Bin mir nicht sicher, ob das reichen wird. Aber es sollte gut Schaden machen. Könnte sein, dass jetzt nochmal ein Switch kommt. Es kommt nochmal ein Switch. Auf Lucario vielleicht. Auf Pixi zurück. Okay. Ist in Ordnung. Hat ihm jetzt überhaupt nichts gebracht. Außer, dass wir Sandsturm-Schaden bekommen. Aber mehr auch nicht. Und dass es jetzt Nachthieb nochmal bekommt. Das heißt, der nächste Giftstreich von uns wird sicherlich... Ah ja, okay. Bollenhämpel ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ob er jetzt nochmal switchen wird? Ich bin mir nicht sicher. Ja, mittlerweile würde halt eine Mondgewalt ausrechnen. Deswegen greife ich, glaube ich, mit Giftstreich an. Zu verlieren haben wir nichts. Wenn er einen Stahl-Pokémon einwechselt, dann ist das halt so. Er bleibt aber drin. Giftstreich kommt. Und das sollte reichen, um Pixi zu besiegen. Reicht es auch. Okay. Wunderbar. Zusammen mit den Giftspitzen, die wir draußen haben, ist das ein Beginn, mit dem ich durchaus leben kann. Ich vermute, dass von ihm jetzt Logok kommen wird. Logok könnte aber zunächst langsamer sein als wir. Logok könnte dann mit Tempo-Schub sich aber enorm beschleunigen. Da müssen wir dann echt aufpassen. Und es kommt Logok. Wie erwartet Logok. Aber zumindest vergiftet ist es Mega-Logok. Er könnte auch Mega-Lucario haben. Bin ich mir nicht sicher. Wobei ich mir sicher bin, ist, dass er jetzt auf ein Schutzschild gehen wird. Weshalb ich, glaube ich, auf die zweiten Giftspitzen gehe. Wobei das gar nicht mehr so viel bringt. Nur gegen Aquana. Und Aquana kann sich wahrscheinlich auch heilen. Deswegen bringt das da auch nicht so viel. Lucario, Duvengard, die werden alle nicht mehr vergiftet. Der Rest ist vergiftet. Beziehungsweise bei Farbeagle ist es auch egal. Das heißt, ich werde, glaube ich, instant den Wechsler auf Garados vollziehen. Der sehr riskant ist, weil er auch mit Donnerschlag attackieren könnte. Ich rechne aber eher mit einem Schutzschild. Wenn er jetzt tatsächlich mit dem Donnerschlag beginnt, ist es ein Problem für uns. Ja, aber ich hoffe nicht, dass er es tun wird. Gut, wir werden mal sehen. Okay, Bedroher wirkt. Angriff wird gesenkt. Und Logo geht aufs Schutzschild. Okay, wunderbar. Jetzt werden wir uns instant megern, um vor dem Donnerschlag sicher zu sein. Denn den habe ich nicht vergessen. Ich glaube zumindest, dass es Dominik war. Aber Dominik ist einer derjenigen, gegen die wir am häufigsten kämpfen. Das heißt, wir werden uns megern und wir werden offensiv mit dem Erdbeben draufgehen. Denn Erdbeben trifft Duringer, trifft Lucario und trifft auch Aquana. Denn Kaskade könnte Aquana einfach absorbieren. Deswegen könnte da der Wechsel auf Aquana kommen. Und ein Drachentanz ist nicht so clever, falls Logo tatsächlich angreift. Und es scheint anzugreifen, denn es geht nicht raus. Es bleibt drin und hofft wahrscheinlich mit dem Donnerschlag uns hier zusetzen zu können. Und das wird es garantiert. Über die Hälfte wird es sicherlich machen. Wobei, mit dem gesenkten Angriff, Irrlicht. Uh, okay. Das überrascht mich tatsächlich. Das überrascht mich. Und damit könnte es überleben, das Erdbeben. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja, überlebt es. Zusammen mit der Vergiftung wird es jetzt aber sehr, sehr hart. Aber er hat immerhin unser Garados gut aus dem Spiel genommen. Das muss man ihm zugute halten. So, durch das Gift wird er im nächsten Zug so oder so sterben wahrscheinlich. Haben wir Pokémon mit Schutzschild eigentlich? Ich glaube nicht. Ähm, nee, nicht so wirklich. Heißt, es wäre schon besser, Logok hier zu eliminieren, oder? Weil das Gift... Reicht das Gift aus? Ach komm, ich pokere jetzt einfach, dass das Gift ausreicht. Ich glaube, es reicht knapp nicht aus. Er kommt aber auch mit dem Tom-Kick daher. Der reicht fast. Ja, okay. Dann ist Drachentanz definitiv nicht die richtige Entscheidung gewesen. Schade. Wir werden durch die Verbrennung sterben. Logok aber hoffentlich auch durch das Gift. Ja, okay. Gut gepokert. Also, zumindest passabel gepokert, dass das Gift reicht. Das haben wir richtig abgeschätzt. Und Garadoskid auch mit Down. Aber das ist in Ordnung. Wir haben zumindest das Temposchub-Logok ausgeschaltet. Das ist sehr, sehr gefährlich in der Regel. Okay. Wer wird jetzt kommen? Ich tendiere jetzt eigentlich mit Farb-Igel. Und da können wir mit jedem beliebigen Pokémon angreifen. Ich denke, wir wählen Missgebot, weil Missgebot gegen jeden, was in der Hand hat. Außer gegen Aquana. Aber da können wir zumindest mit dem Draco-Meteor angreifen. Okay. Duokless ist drin. Könnten wir mit Feuersturm attackieren? Ich denke aber, Erdkräfte ist diese... Ah, Finster-Aura. Ich dumm Idiot. Ich dumm Idiot. Aber muss nicht falsch sein. Muss nicht verkehrt sein. Wenn er jetzt irgendwie auswechselt auf Lucario, wäre das voll in Ordnung. Mal schauen, ob er wechseln wird. Hat auf jeden Fall ein Evolitas-Teil. Deswegen wird es wahrscheinlich Erdkräfte schon einmal überleben. Er wechselt aber aus. Und jetzt Lucario. Das wäre so awesome. Er geht auf Aquana. Das heißt, Finster-Aura wäre trotzdem die bessere Wahl gewesen. Aber passt schon. Aquana ist jetzt vergiftet. Bekommt jetzt einmal Erdkräfte. Wie viel macht das? Ja, nicht sehr viel. Und die Überreste sind natürlich noch mit dabei. Hm, okay. Ich würde jetzt aber, glaube ich, trotzdem weiter angreifen. Denn falls es jetzt nicht Wunschtraum einsetzt. Dann ist es eliminiert. Dann können wir es besiegen. Deswegen gehe ich weiter auf die Erdkräfte. Und setze Aquana so zumindest weiterhin unter Druck. Schade, dass jetzt nicht doch die doppelten Giftspitzen draußen wären. Weil das wäre halt echt nice gewesen. So, jetzt kommt der Wunschtraum. Das heißt, jetzt muss im Prinzip ein Schutzschild kommen. Heißt für uns, wir könnten wechseln. Das kann natürlich auch riskant spielen und sagen, okay. Ja, ich vermute einfach mal, dass er auswechselt. Deswegen greife ich jetzt an und spare mir das Schutzschild auf. Könnte er machen. Wäre eine Option. Hm, auf wen würden wir dann gehen? Auf wen würden wir dann gehen? Der Sputta wäre eher suboptimal. Beziehungsweise auch nicht so verkehrt. Weil wir dann zumindest den Sandsturm draußen hätten, der Aquana noch mehr Schaden macht. Aber dann wäre halt ein Wechsel auf Lucario oder Durengard durchaus eine Möglichkeit. Während wir, wenn wir mit Mr. Sniff jetzt angreifen, glaube ich ganz gut dabei sind. Kann sein, dass da ein Siegelwasser kommt. Kann sein, dass wir da Mr. Sniff jetzt opfern. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, er wird auf ein Schutzschild gehen. Und ja, das wäre vollkommen in Ordnung. Er geht auf ein Schutzschild. Perfekt. Wunderbar. Da kommt der Wunschtraum. Boah, der halt schon ein bisschen. Aber Gift regelt dann gleich. Und wir können Abschlag noch mit dazugeben. Das heißt, dann sind zumindest die Überreste auch noch weg. So. Okay. Von ihm wäre jetzt einzig sinnvoll ein Wechsel auf Lucario. Wir könnten uns sogar Schwert dancen. Weil er wird nicht zulassen, dass wir jetzt mit Abschlag angreifen, oder? Ich gehe auf Schwert tanzen. Er ruft Aquana zurück. Wer kommt jetzt rein? Lucario, denke ich, oder? Lucario kommt rein. Wir überleben aber eine Attacke von Lucario auf jeden Fall. Das müssen wir bedenken. Und es ist ein Shiny. Das heißt, es hat vielleicht nicht unbedingt die besten Werte. Das ist eine weitere Möglichkeit, die hier in Frage kommt. Deswegen könnten wir mit Eiszapfagel angreifen. Ich weiß nicht, ob es doppelt nicht sehr effektiv ist. Aber ich glaube nicht. Deswegen würde ich es einfach mal machen. Und gucken, ob wir die Hälfte erzielen können. Lucarionit wird auf jeden Fall erstmal ausgelöst. Das ist in Ordnung. Es ist auch schon gut, dass wir Lucario rausgelockt haben. So ist es nicht. Das ist auch schon sehr viel wert. So, wir sind schneller. Eiszapfagel kommt bitte über die Hälfte. Das wäre sehr wichtig. Gerade so die Hälfte. Eisenschweif kommt und geht daneben. Okay, das war jetzt wirklich lucky. Aber Eisenschweif würde ich auch never ever spielen. Es geht immer daneben. Habt ihr auch schon fleißig mit in die Kommentare geschrieben. Eisenschweif trifft nie. Es hat keine Genauigkeit von 70 oder so. Nein. Von 5 vielleicht. Es trifft seltener als ein Hornbohrer. Also von Eisenschweif kann ich euch persönlich nur abraten. Okay, er wechselt aus. Geht dann denke ich auf Duokless. Aber Duokless können wir auch mit einem Abschlag raushauen. Also da besteht auch überhaupt keine Gefahr. Er kann da mit dem Schattenstoß wahrscheinlich jetzt noch unseren Fokus-Code zerstören. Das wäre wahrscheinlich schon mal sehr wichtig. Aber wir bleiben drin. Wir sind gerade gut gepusht. Deswegen gehen wir hier auf... Er geht nicht auf einen Schattenstoß. Okay, ja dann ist Duokless eliminiert. Abschlag und Volltreffer. Abschlag hat schon eine Stärke von 130. Bekommt noch Step plus doppelter Push von Schwertanz plus den Volltreffer. Dass das gereicht hat, das wundert mich jetzt mal überhaupt nicht. Okay. So, jetzt kommt Farb-Igel. Okay. So, Duokless haben wir down. Farb-Igel ist halt vergiftet. Farb-Igel kann uns jetzt aber einschläfern. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Haben wir noch einen weiteren Abschlag im Team gerade dabei? Nee, ne? Nee, 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 nee. Einschläfern will es uns. Dann wäre doch Despotar eigentlich eine gute Variante, oder? Wir gehen mal auf Despotar. Despotar kann nicht mehr eingeschläfert werden. Finde ich von daher ganz gut. Und ich weiß nicht, was sonst kommen sollte, außer Pilzspore jetzt. Kann sein, dass es die Mega-Taktik auf Duokless. Farb-Igel kann ja theoretisch alles haben. Aber soweit ich weiß, hat Farb-Igel eigentlich immer Pilzspore drauf. Notsituation. Okay. Das hat er mit dem Fokus gut gerechnet. Na gut, dann passen wir unsere KP halt ein-einer an. Ich denke, das ist in Ordnung. Das war nicht unclever. Das hätte dann genau auf ein KP gezogen, Notsituation. Ich würde sagen, wir gehen auf... Ich glaube, er bleibt drin. Aber wir gehen mal auf den Kraftkoloss. Er setzt Notsituationen ein, ist aber schneller als wir. Daher bringt das jetzt nicht so viel. Und wir sind paralysiert. Okay. Naja, Farb-Igel wird jetzt wieder durch Gift und Sand schon ein bisschen was verlieren. Kann uns dadurch im Prinzip wieder Schaden zufügen. Aber ich glaube... Also ich vermute fast, dass er nicht damit gerechnet hat, dass wir jetzt hier... ...paralysiert sind und dadurch langsamer sind als er. Ich glaube, das hat er irgendwie außer Acht gelassen oder so. Können wir jetzt eigentlich uns nochmal umentscheiden? Wahrscheinlich, ne? Aber wir gehen trotzdem auf Kraftkoloss. Er überlegt jetzt... Er wird doch auch andere Attacken noch haben, oder nicht? Sowas wie Klebenetz oder so, wäre ja voll wertvoll. Er wechselt auf Lucario. Auf Aquana. Schade. Aber Aquana können wir auch gut Schaden drücken. Mit der Vergiftung, mit dem Sandsturm, mit dem Kraftkoloss. Könnte das insgesamt sogar reichen. Jupp, das reicht auf jeden Fall. Nice. Deathwater hat einen guten Job erledigt. Hat das erfüllt, was es machen sollte. Jetzt kommen die Überreste halt nochmal, ne? Ah, okay. Aber ich glaube, Gift ist stärker als Überreste. Von daher könnte das reichen. Ja, es ist down. Okay. Sehr, sehr gut. Das heißt, er hat noch Farb-Igel und Lucario. Lucario kann noch sehr, sehr schwierig werden. Vor allem, weil Lucario jetzt reinkommen wird. In Ordnung. Wir könnten Despota jetzt eigentlich down gehen lassen, ne? Wir könnten auch auswechseln. Auf beispielsweise Kröpuk und könnten da mit einer Kampfattacke entgehen. Aber wenn er mit Stahl angreift, haben wir schon mal Grundschaden drin. Und das fände ich nicht so geil. Deswegen bleiben wir drin. Gehen auf Kraftkoloss. Hoffen, dass er mit Eisenschweib angreift. Er hat mit Nahkampf angreift. Okay. Nahkampf ist aber auch in Ordnung, weil die Verteidigung sinkt. Passt schon dann. Und dann können wir jetzt mit Kröpuk, denke ich, eine Verbrennung noch raufzimmern. Und dann sollte die Sache vollends entschieden sein. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Von daher Mafuba. Gut, er hat noch Farb-Igel, auf das er ausweichen könnte. Das wäre auch insgesamt nicht so geil, weil Farb-Igel uns halt runterziehen könnte auf seine KP-Anzahl. Aber dafür habe ich im Prinzip auch schon eine Überlegung. Wir werden jetzt auf Irrlicht gehen. Der Wechsel auf Farb-Igel wäre jetzt wahrscheinlich sinnvoll. Denke ich mal. Er bleibt aber drin und geht auf Icy. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Weil wäre er rausgegangen, hätte er zum einen seine... Ach, komm schon. Hätte er zum einen seine Verteidigungswerte wiederhergestellt. Zum anderen wäre er dem Irrlicht safe entkommen, weil Farb-Igel ja bereits eine Statusveränderung hat. Ja, jetzt ist die Frage. Gehen wir weiter auf Irrlicht? Weil jetzt hat er es gesehen. Also wenn er vorher nicht mitgerechnet hat, dann jetzt auf jeden Fall. Aber ich denke mal, ich gehe weiter auf Irrlicht. Eck bleibt auch weiter drin. Geht auf Eisenschweif. Und Eisenschweif trifft sogar mal. Reicht aber nicht aus. Irrlicht kommt. Irrlicht trifft. Perfekt. Wunderbar. Dadurch bekommt er jetzt Verbrennungsschaden. Dann werden wir mit einem Tiefschlag noch zusätzlichen Schaden austeilen. Und dann wird die Verbrennung auf Dauer ihren Rest erledigen. Es sei denn, er hat noch irgendwie Ableithieb dabei. Glaube ich aber nicht. Macht auf einem Lucario, glaube ich, nicht so viel Sinn, weil Lucario nicht so viel aushält. So, dann kommt von uns der Tiefschlag. Der wird jetzt nochmal Schaden drücken. Nicht viel, aber ein bisschen zumindest. Die Verteidigung wurde ja gesenkt. Ja, das könnte mit der Verbrennung sogar schon ausreichen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, so. Mafu überlebt einfach mit einem KP als ob. Nice. Die Verbrennung regelt. Ja. So, was machst du jetzt, Lucario? Jetzt bist du auf jeden Fall down nach diesem Zug. Es sei denn, du wechselst aus. Aber, ähm, das Ding haben wir im Prinzip gewonnen. Da bin ich schon mal ganz froh drüber, Leute. Äh, ich gehe einfach mal... Ich wechsel einfach schon mal auf ein Pokémon. Das dann, ähm... Farb-Igel besiegen soll. Was dann Mr. Sniff wäre. Dann behalten wir uns mal Fuba wenigstens noch übrig. So, es wird auch keine Kampfattacke kommen. Das wäre jetzt ziemlich random. Und das heißt, wir können die sogar ganz gut überleben, denke ich. Ja, ein Eishieb ist normal effektiv vielleicht sogar auf Eis. Nicht sehr effektiv, ne? Okay. Ja, die Verbrennung regelt. Jetzt muss Farb-Igel reinkommen. Und Farb-Igel können wir natürlich ohne Probleme mit einem Abschlag besiegen. Und dann hat sich die Sache auf jeden Fall erledigt. Guti. Haben wir tatsächlich hingebogen. Der Anfang war ein bisschen ungünstig, dass, ähm... Wir uns da verschätzt hatten mit Despotas Knirscher auf Pixie. Aber, ja. Letzten Endes konnten wir das Ganze dann doch recht souverän drehen. Toro-Tempo? Okay. Nochmal der letzte Versuch hier, Mr. Sniff irgendwie Schaden zu drücken. Und dann sage ich an dieser Stelle GG, auch für dieses Duell. Und damit konnten wir tatsächlich nochmal beide, also sowohl Dave als auch Dominic, noch ein letztes Mal aufhalten. Ein vorletztes Mal. Beim nächsten Mal... Ich werde es mit den beiden absprechen, denke ich. Ob ich, ähm, ein leichteres Team nehmen soll, was dann eben aus den Pokémon besteht, die wir so gut wie noch gar nicht gesehen haben. Größtenteils. Ähm. Oder ob wir das anders machen werden. Oder ob ich nach wie vor mit meinem stärksten Team antreten soll. Weil ich finde es teilweise immer sehr, ähm, arschig, asozial. Also ich persönlich wäre, glaube ich, gekränkt, wenn ich nicht nochmal die Chance bekommen würde, gegen das stärkste Team, gegen das... Also mit den Orden wirklich rechtmäßig zu verdienen, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil wenn es ein leichteres Team ist, dann ist es nicht so viel wert, wie wenn man es gegen das starke Team schaffen würde. Aber die Wahl überlasse ich den beiden. Ich gebe natürlich auch mit dem schwächeren Team dann durchaus mein Bestes, aber ich wollte einfach meinen Pokémon, die jetzt nicht so oft zur Geltung gekommen sind, noch einmal eine Chance geben. Und von daher schauen wir einfach mal, wofür sich Dave und Dominik entscheiden werden. Das werden wir dann in der nächsten Folgen des Arena Battles herausfinden, wo dann unsere letzten zwei Arena Duelle auf uns warten werden. Dave und Dominik noch einmal, letzte Chance für die beiden, den Orden zu holen. Ich drücke ihnen die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Wir machen jetzt weiter mit einem Kampf, den wir schon sehr häufig gesehen haben. Nojiku gegen Kytos. Und das ist der erste von den drei legendären Alles-oder-nichts-Kämpfen. Denn wir haben noch drei Teilnehmer drin, die nur noch einen Orden brauchen. Das sind Dominik, Dave und Kytos. Dominik und Dave brauchen meinen Orden. Kytos braucht den Orden von Nojiku. Und alle drei haben nur noch einen letzten Versuch. Bedeutet, das ist das letzte Duell, Nojiku gegen Kytos. Entweder kann Kytos sich jetzt hier den Orden holen oder Nojiku kann sie von der Liga fernhalten. Und das gleiche gilt eben auch in den kommenden Tagen für die Duelle. Ich gegen Dominik und ich gegen Dave. Kann ich auch beide noch davon abhalten. Kann ich aber beiden auch noch den Orden geben. Von daher, das werden jetzt super, super spannende Duelle. Und wir gucken rein in das letzte Aufeinandertreffen. Das letzte Mal den Kampf der Lüfte. Ja, Nojiku hat an ihrem Team nichts verändert. Hat bisher ja auch immer wunderbar geklappt. Kytos hat jetzt ein Viskogon dabei. Ich glaube, das haben wir so auch noch nicht gesehen. Also bei ihr zumindest nicht. Und Glurak, Monagoras. Ich hoffe, Monagoras kommt jetzt mal direkt mit den Tarnsteinen vielleicht. Vielleicht hat sie sich aber auch was anderes überlegt. Wir werden es sehen. Bei Shakrio war es ja zuletzt eine wirklich gute Leistung. Sidraking, Trikephalo und Gerardos gegen Gerardos. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Wir gucken rein in das erste Alles-oder-nichts-Duell. Auf geht's. Das bedeutet also insgesamt auch für euch nur noch drei Liga-Battles. Ja. Drei Arena-Battles. Liga-Battles wird es noch einige geben. Aber Arena-Battles, die neigen sich jetzt wirklich dem Ende zu. Wir haben wieder das Aufeinandertreffen. Gerardos gegen Uhafnir. Ich glaube, das hatten wir schon mal zu Beginn. Uhafnir ist halt im Vorteil. Amphitrite kommt und es kommt nur Orkan. Aber Orkan immerhin. Grey. Interessant. Und nochmal Orkan geht aber daneben. Und jetzt kommt der Eistrahl daher ein sehr riskanter Zug von Ushiko hier auf Orkan zu gehen. Der, glaube ich, relativ ungenau ist. Die Neuigkeit von 70 oder so. Ha. Geht auf jeden Fall schief. Und dadurch kann Sidraking das eigentlich tot war, meines Erachtens. Weil wäre dann Draco-Meteor gekommen, damit hätte sie ja alles weggehauen. Ja, sie ist nur auf Orkan gegangen. Dadurch überlebt Sidraking das. Und ein großer, großer Vorteil für Lady Kytos an dieser Stelle. Jetzt haben wir wieder Garados für den Garados. Es passiert immer. Immer wenn Garados reinkommt, kommt das andere Garados rein. Und jetzt haben wir wieder Delegator. Okay, das wird dann wahrscheinlich wieder auf ein paar Mal Drachentanz auf beiden Seiten hinauslaufen. Vermutlich zumindest mal. Haben wir ja zuletzt auch schon. So, Drachentanz Nummer 1 für Garados Nummer 1. Angriff befindet sich aber auf 0 wegen der Senkung. Mitra geht ebenfalls auf den Delegator. Jetzt wird es interessant, weil es eben Überreste trägt. Und Überreste finde ich deutlich, deutlich sinnvoller als Silgesang, was Fluffy derzeit hat. Und oh, 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 oh. Bis die sich gegenseitig den Delegator zerstören, dürfte Fluffy wieder fit... Äh, nicht Fluffy, sondern Mitra wieder fit sein. Und Mitra geht direkt auf die Steinkante, um den Delegator direkt auch zu zerstören. Und damit wird Nujiko natürlich enorm unter Druck gesetzt jetzt. Denn sie müsste wieder auf ihren Delegator gehen, möglicherweise. Während eben das andere Garados dahinter sicher ist. Sie ist jetzt vollkommen frei und damit auch vollkommen im Nachteil. Und Fluffy geht wieder auf die Kaskade. Sie hat doch Eiszahn, oder? Eiszahn dürfte mehr bringen. Ja, der Delegator steckt den Schlag ein und lässt aber nach, immerhin. Es hat also dafür gereicht. Von daher war es diesbezüglich eine gute Entscheidung, auf Kaskade zu gehen. Es hat gereicht, um den Delegator kaputt zu machen. Jetzt kommt aber die Steinkante, die gepusht ist. Und die reicht gegen Fluffy aus. Ui. Das ist also ein ganz, 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 ganz klarer Sieg für das Garados von Kytos. Denn das holt sich jetzt hier seine fast letzten KP wieder zurück. Einmal Überreste noch und das wäre es. Jetzt das Duell gegen Attila, da wird wahrscheinlich wieder eine... Nee. Kytos wechselt aus. Okay. Ich persönlich wäre wahrscheinlich mit Garados drin geblieben, weil ich den Push ganz gerne hätte. Und Amphitrite wird hier irgendwie zum Opfer runterskaliert oder so, habe ich so das Gefühl. Aber es überlebt. Muss aber nochmal Steinhagel einstecken. Hätte auch einmal daneben gehen können, aber so... Keine Ahnung. Amphitrite wurde einmal in den potenziellen Draco-Meteor eingewechselt. Und danach in den Steinhagel. Das ist ultra interessant, dass sie das einfach so wegwirft. Aber okay. Dann kommt jetzt hier der Draco-Meteor von Triggefahle. Der wird, denke ich, gegen ein Vashak-Vilt schon reichen. Das hat nicht so gute Verteidigungswerte. Aber es überlebt knapp. Und wenn da jetzt ein Kraftkoloss kommt... Oh! Dann kann Nojiko hier aber ordentlich aufholen. Gegen Iris reicht das aus. Es reicht aus. Und damit geht es down. Kraftkoloss wird aber meines Erachtens nicht durch rohe Gewalt verstärkt. Aber durch die Kombination Leben-Orb und rohe Gewalt und so macht das dennoch Schaden. Wobei, es verliert KP, trotz roher Gewalt. Das ist doch eigentlich weggelassen, oder? Also hat es keine rohe Gewalt? Ha! Verbreite hier falsche Informationen. Lügenpresse. Okay, wir haben Mard mit Eistrahl. Also Tanky gegen Tanky hier gerade so ein bisschen. Wobei Pebbles eben eher physisch attackiert. Und da ist Viskogon nicht so gut. Abschlag macht da ja auch enormen Schaden. Und Pebbles hat gar nicht mal so einen guten Angriff. Nassbrocken hatte es. Okay, für den potenziellen Regentanz. Dann wird es wahrscheinlich Regengenuss oder sowas haben. Vermute ich einfach mal. Mard geht auf den Donnerblitz. Und das ist natürlich gegen Patonax sehr gefährlich. Aber es überlebt. Und es ist schneller. Und Mard wird jetzt rausgenommen. Und ich denke, ein Drachenpuls hätte es locker getankt. Weil speziell ist es gut drauf. Aber es kommt der Wechsel auf das andere Glurak. Und jetzt haben wir hier Glurak Nude Y eingesetzt. Also ein Mega Glurak Y. Das wahrscheinlich mit einem Drachenpuls einfach agieren wird. Und das wird nicht reichen gegen das gegnerische Glurak. Aber möglicherweise reicht ein zweiter Drachenpuls. Der dann hinterher kommen würde. Von daher können wir hier, denke ich mal, sehr, sehr gespannt sein an dieser Stelle. Er würde nicht reichen, der zweite Drachenpuls. Und jetzt auch hier die Mega-Entwicklung. Also Glurak Y versus Glurak Y. Wer gewinnt dieses Duell? Dieses Aufeinandertreffen. Patonax ist schneller, geht auf einen Feuersturm. Und ich glaube, das wird reichen. Mit Sonne ist zwar nichts effektiv. Es reicht nur knapp nicht. Oh. Und das gegnerische hat eben den Steinhagel drauf. Und das reicht. Hätte auch einfach auf Flammenwurf gehen können. 40 KP jetzt auch so gedrückt. War ein bisschen risky, irgendwo mit Steinhagel hier zu agieren. Aber es hat gereicht. Und dadurch wird es nach wie vor, oder bleibt es nach wie vor ein spannendes Duell. Midna geht auf einen Schwerthanz gegen einen Glurak Y in der Sonne. Aber gut, wenn es auf Flammenblitz geht, dann würde es sich selbst töten wahrscheinlich. Der Flammenblitz kommt. Der wird enormen Schaden drücken. Selbst gegen einen Midna. Und die Verbrennung. Uh. Der Toxic Orb kann nicht wirken. Sie bekommt vorher die Verbrennung. Alter. Das ist jetzt extrem lucky. Denn das macht gut Schaden. Halbiert den Angriff. Damit ist Skorgro im Prinzip raus. Der Angriff wird noch weiter gesenkt. Das macht hier... Da auszuwechseln. Ich glaube, das macht keinen großen Sinn. Ich hätte an dieser Stelle einfach... Na, wobei... Ah, da es auf Delegator und so geht. Boah, vielleicht macht es schon Sinn, da den Wechsel noch zu vollziehen. Aber keine Ahnung. Ich glaube, Pebbles wird es sehr, sehr schwierig haben, gegen einen Delegator-Dings anzukommen. Zumal da jetzt schon der erste Eis-Zand kommt. Ich vermute, dass der nicht reichen wird. Aber Schaden drückt er auf jeden Fall. Und ich denke nicht, dass Nojiko hier auf Ruhrort geht, sofern sie das hat. Sie schreckt sogar zurück. Das heißt, wir sehen nicht mal. Also jetzt einmal die Verbrennung. Mega luck gehabt. Also ich weiß nicht, ob es wirklich relevant war. Aber da die Verbrennung zu bekommen vor der Vergiftung und damit im Prinzip Skorgro komplett zu zerstören. Das war schon hart lucky. Jetzt hier das Zurückschreckende. Ich glaube, Pebbles hätte halt nicht so viel machen können. Außer es hätte sich eben mit Ruhrort nochmal geheilt. Dann wäre da vielleicht ein bisschen was drin gewesen. So geht Pebbles an dieser Stelle down. Mitra kann sich wieder ein bisschen zurückheilen. Versteckt sich hinter dem Delegator. Und mit Na ist jetzt, glaube ich, tatsächlich das letzte Pokémon. Da kommt nochmal eine Verzweiflungsfassade. Die halt auch gut Schaden macht, denke ich mal. Trotz der Verbrennung. Delegator lässt also nach. Aber der Eis-Zahn wird definitiv reichen. Keine Chance für Midna, das hier zu überleben. Und daher ein sehr interessantes Duell gewesen. Gerade der Anfang war komisch mit Orkan statt mit Draco Meteor. Da wollte sie wahrscheinlich, wollte Majiko wahrscheinlich einfach nur nicht den, äh, Dings bekommen. Ähm, den, den Orkan. Weil ihr sicherlich bewusst war, wenn jetzt ein Draco Meteor kommt, dann wäre sie 3 King Down. Deswegen wird sie wahrscheinlich irgendwie auswechseln. Und ist deswegen nur auf Orkan gegangen. Vielleicht war das die Überlegung dahinter. Ansonsten keine Ahnung, warum sie es getan hat. Ähm, und dann war es ein wirklich sehr interessantes Duell. Äh, ähm, Gerardos gegen Gerardos, was Kytos für sich entscheiden konnte. Dann Glurak gegen Glurak, was Kytos für sich entscheiden konnte. Und, ähm, Skorgro dann vernichtet. Und Vashagvir auch schnell rausgenommen. Das war ein schönes Duell. Und daher hast du dir auch den Orden für dein Durchhaltevermögen verdient. War ja jetzt Kampf Nummer 4 innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und hier der Flugorden für dich an dieser Stelle. Und damit nicht nur der Orden, sondern auch der Eintritt zur Pokémon-Liga. Wir haben also einen neuen Kandidaten für die Liga. Viel, viel Erfolg dabei. Und, äh, das mit dem Drachenteam zu rocken, das wird, denke ich, extrem schwierig. Aber gleichzeitig auch extrem interessant. Von daher, ich drücke die Däumchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und Kytos, wir sehen uns hoffentlich in der Liga wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. 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 Bis dahin.